Ja, und jetzt vom Weltjugendtag selber. Was erhoffen Sie sich da? Vielleicht auch besonders für die Jugendlichen, die jetzt hier mitfahren. Ja, wir hatten ja schon Gelegenheit, eine interne Katehese zu halten mit so Impulsfragen, die auch vom Papst Franziskus ausgegangen sind von den vergangenen Weltjugendtagen her. Also entgegen dem Sofa-Christentum aufstehen, gehen. Ein Christ ist nicht einer, der sich zurücklehnt und in den Tag hinein lebt, sondern sie aufbricht im Vertrauen auf den Herrn. Suchen nach dem Weg, den Gott für einen bestimmt hat. Das waren Fragen, die wir sehr intensiv schon diskutiert haben, in Kleingruppen auch. Und die jetzt weiter gehen und in die Gottesdienste mit hineingenommen werden ins Gebet. Ja, wir schauen, dass wir einerseits das aufnehmen, was uns hier die internationale Kirche bietet und andererseits auch das innerhalb der eigenen Gruppe weiterzugeben. Ja, wir schauen, dass wir uns hier in den letzten Jahren wiederholen können. Ja, wir schauen, dass wir uns hier in den letzten Jahren wiederholen können.